moin moin und hallo alle zusammen herzlich willkommen auf dem kanal wolfgangs modelleisenbahn ja dieses jahr 2022 steht ganz im zeichen eines jubiläums in der schweiz nämlich 175 jahre schweizer eisenbahn am 9 august 1847 nahm die spanisch brötli bahn zwischen baden und zürich als erste eisenbahn in der schweiz den betrieb auf dieses jubiläum wird in der gesamten schweiz dieses jahr gefeiert an verschiedenen landesteilen nord süd ost und west und deshalb möchte ich jetzt auch mal meine schweizer lokomotiven mit ihren zügen hier an euch vorbeifahren lassen so beginnen wir mit der städelok ae66 basel vor einem güterzug ich wünsche euch gute unterhalte und viel spaß beim anschauen und als nächstes kommt die ae66 platonslok larus so und als nächster gradulant kommt eine ae4 strich 4 so und sehen wir mit der städelokal So und als letzter Gratulant kommt die RE465 der WLS vorbei und wünscht auch alles erdenklich Gute zum Jubiläum 175 Jahre Schweizer Eisenbahn. So und mit dem letzten Wagen, der hier vorbeikommt, verabschiede ich mich auch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. So liebe Schweizer, feiert man schön dieses Jahr und denkt daran, ihr seid nicht alleine, denkt auch mal achten, ihr anderen. So und zum guten Schluss noch eine Bemerkung. Ja, diese ganze Meute hier unten unter der Brücke, die haben es nicht geschafft, sich eine Fotoposition auszusuchen und müssen nur sehen, wie sie wieder nach Hause kommen. Einen Bus haben sie ja. So, aber jetzt ist Ende. Schluss, aus, vorbei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.